Der Schiedsrichter pfeift ab. Sieg ist Sieg. Fragt später eh keiner mehr, wie der Erfolg zustande kam. Ja, und deswegen werden sie auch ganz schnell einen Haken an dieses Spiel machen. Kurz freuen ist okay und dann gleich wieder Fokus auf die nächste Partie. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Ganz einfach an den Ball gekommen. Er zieht ab. Der Ball ist drin. Da kann der Trommer nicht drankommen. Der Ball ist drin. Macht er ihn. Da passt der Klazer auf. Es gibt Ecke. Okay. Musik Musik